guten tag meine lieben leute hier seht ihr weitere fights die ich euch zeigen möchte klar und nebenbei geht es weiter mit dem ja beantworten von fragen beziehungsweise einfach kommentaren dass ihr da halt einfach auch nicht zu ja zu kurz kommt sage ich jetzt mal dass man das halt nicht nur in schriftlicher form hat sondern einfach auch noch mal direkt im video drinnen und zwar fragte der ardi wie läuft es eigentlich mit dem low budget pc ich habe ja die sache ist die was was soll ich sagen der läuft also ich habe eine festplatte gekauft genau jetzt das kann ich doch einfach mal erwähnen ich habe eine festplatte gekauft und zwar ich weiß gar nicht mehr ich glaube ein 256er oder war es eine 512 war eine ganz normale hdd habe keine ssd genommen so und hab den hab die ja einrichten wollen und merke die war nicht formatiert also nicht formatiert im sinne von ja war halt die windows partition noch drauf und ich dachte mir gut okay dann haust du dir einfach mal als slave in den normalen rechner rein und siehe da kontoauszüge passfoto also klar passfoto und ausweiskopien bankauszüge habe ich glaube ich gesagt schon bewerbung alles also wirklich alles drauf gewesen wo ich mir echt sage leute also da wollte ich dann extra sogar noch mal ein extra video nur zu diesem bereich machen wo ich dachte alter das kann doch nicht euer ernst sein also man kann doch nicht irgendwo also man ist ja immer so so super sicher und hier ich will mir kein virus einfangen und was auch immer und versteigere dann aber eine festplatte auf ebay und löscht ihn nicht mal also wenn also formatiert hätte und man irgendwie mit zusätzlichen programm irgendwie was für sich get data back oder sowas sich da irgendwie zu schaffen gemacht hätte und gesagt hätte oh jetzt gucken wir mal was er da drauf hat alles ist das noch eine ganz andere sache aber wenn die grundsätzlich gar nicht formatiert war alter ganz ehrlich sowas geht gar nicht und da dachte ich auch echt das ist nicht euer ernst und ja somit sieht es so aus dass die halt logischerweise dann formatiert wurde klar von mir ich habe die gleich ja platt gemacht weil ich wie gesagt damit auch gar nicht irgendwie sehr geil sehr geiler loot ja weil sowas da bin ich ja nicht der richtige für sage ich mal dass ich jetzt sagen würde oh naja gucken wir mal was wir hier mit denen sein kontoauszügen anstellen können oder sowas also da ganz klare geschichte gleich gelöscht und fertig plus wie gesagt ist halt so eine sache wie kann man sowas bringen echt wie kann man sowas bringen ansonsten läuft ja klar also da hatte ich jetzt windows drauf installiert ich glaube windows 7 hatte ich da drauf zum test sage ich jetzt mal und ja das lief und jetzt überlege ich halt ob ich den in dieses projekt mit reinnehme weil ein kollege sagte oh ja ich brauche einen neuen rechner und ich hatte ja auf meinem anderen pro auf meinem anderen channel also real fry style den habe ich auch in jedem video verlinkt einfach mal runterscrollen in der video beschreibung und dann meinen normalen channel sozusagen für das ganze real zeug was nicht mit coc zu tun hat habe ich das ja drinnen und da ist das ja in diesem projekt drinnen gewesen dass ich gesagt hätte gut okay ich habe ja ja wie gesagt da mein mein projekt am start dass ich eben aus fünf euro in einem jahr gucken möchte wie viel ich da raus bekomme in dem ich sachen kaufe und dann teurer verkaufe weil ich das total geil finde und ja dass man sieht was in einem jahr aus fünf euro gemacht werden konnte und ich habe es bis jetzt halt wirklich nur zu meinen dachziegeln hinbekommen also sprich ich habe mir für fünf euro dachziegel gekauft hatte die dann irgendwie zwei jahre bei mir rumzuliegen habe dann festgestellt ach nee eigentlich brauchst du das ja nicht wirklich und habt ihr vertickert habt ihr für 30 euro losbekommen und jetzt kann ich es euch ja sagen ich habe als nächsten einsatz für dieses video mir dann eine uhr davon geholt und ich gucke dann was für was die uhr dann weg geht und dann ist das wieder der nächste teil und ja wie gesagt beim low budget pc eventuell auch weiter habe ich ja dann insgesamt für den rechner halten noch gar nichts ausgesehen weil es halt mein mein eigentum noch war bloß halt für die platte habe ich ein 10er bezahlt und das heißt also dann auch wieder hatten 10er von den 30 weg theoretisch und dann gucken was halt bei rum kommt so schauts aus dann wisst ihr also auch was mit low budget pc ist so gucken wir mal was hier jvx schickt ja sehr nice auch wieder schön fetter loot nebenbei können wir wieder schön gehen und machen und tun so queen walk oliver schmidt schreibt ist sorry aber ich würde dir echten hock cycle deck von mold anraten ist viel besser achso das ging da in dem fall um clash royale wie gesagt da bin ich ja auch wieder so ein bisschen am zocken aber wir nicht so krass also ihr seht es ja eben auch wieder ganz klar mein fokus ist halt auf coc und ich finde das ist auch gut so aber wie gesagt clash royale macht trotzdem spaß ganz klar Nice Loot auf jeden fall würde ich sagen Simon schreibt simon waldmann schreibt digger der spruch am anfang hat einfach alles gerissen ging darum auch im queen walk back also in dem bereich ich weiß gar nicht mehr was ich gesagt habe aber auf jeden fall war es schon ziemlich cool und ich weiß auch nicht da ist mein mein brain in einfach so voll dass ich sage ach komm hier ich muss jetzt irgendeinen rime raushauen und das mag ich voll so jetzt können wir gleich noch mal angreifen hier Achso zusätzlich sagtet ihr auch sagten viele Ja mit den mit den cw fights ist echt eine coole sache also sprich dass ich eben auch wieder Mehr im cw halt unterwegs bin und ja so wie es passt also momentan war ich jetzt gerade nicht drin Aber nicht weil ich gesagt habe nee ich will nicht sondern weil es halt ja Aufstellungstechnisch her nicht anders gegangen wäre und von daher war das nicht weiter wild da bin ich der letzte Ich wollte aber mitmachen alles gut kein thema alter nice Wenn ich hier rein gehe Kriegen wir das irgendwie hin dass wir Die goblins dass die genau Wenn ich nämlich genau wenn ich jetzt hier anfange wird der eventuell dahin rennen wenn ich die aber hier setze dann sollten die eigentlich ganz nice und schön und fresh Hier lang run an genau und ah schade okay also bevor sie jetzt hier vom magier turm komplett Auseinander genommen werden weil das muss ja nur auch nicht sein will ich den magier turm so ein bisschen ablenken Und das macht Läuft Junge läuft 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 Denkt bitte dran was kobe es kosten gar nichts also nichts Und das ist halt eben so mega prall Aber ich verstehe es auch nicht warum habe ich so eine base also jetzt als ich verstehe den gegner nicht also Klar wenn er jetzt sagt okay die ressourcen sind mir total banane Okay kann das machen aber Ist eigentlich so eine sache die ich meine klar ich habe ihm jetzt pokies geschenkt Oh kann ich mit leben glaubt mal kann ich richtig gut mit leben Und hier die kurbe ist wir wollen dadurch Through dat wall Yeah Läuft ist doch in ordnung Nicht viel ausgegeben zwei rage okay die muss man mit berechen auf jeden fall aber ansonsten ist das doch wirklich Vollkommen in ordnung und wir können halt da wir können schon bald wieder zwei mauern upgraden Das ist schon wieder ultra nice Und wir haben halt nicht viel ausgegeben wirklich das ist halt Die mega geile geschichte hier dran Das gefällt mir richtig gut weiter wird geschaut Kingo ohne worte Alter vielen dank kingo vielen dank für den für die einsendung Sage ich jetzt mal hier klar luftabwehr Wegtackeln klar mit dem golem und den magiern Und dann Wir sehen er hat neun dragos am start Und ja richtig mit der queen rein dass du dann Im besten fall halt wirklich noch also die auf jeden fall und im besten fall natürlich sogar noch die luftabwehr weg säbeln kannst Boah cool also wenn die golems wirklich richtig gut laufen dann kriegt man da richtig richtig nice shots mit hin Einwandfrei Ah schade die ist nicht komplett down gegangen ist aber egal selbst wenn du jetzt genau wenn sich die queen jetzt damit nicht Okay bis gleich von anderen seite gekommen okay sonst hättest du jetzt auch sagen können gut. Okay ich Schnusel die gleich weg aber andere sache der loot war eh im in den minen und sammlern drin von daher wäre das auch banane gewesen Bust du wolltest halt sagen gut okay komm ich meine hätte man auch bartchen können Ich habe ihn nun meine dragos dabei jetzt wird ihm schön Eine auf dem zahn geben Die queen Beschäftigt sich wieder schön mit der cb die wird dann aufs townhall gehen Sobald das durch ist denke ich mal na dann würdest du doch erst aufs gold lager danach gehen also ich denke mal draußen Ja jetzt hast du sogar noch die bogies da draußen gejobbt dann würdest du nicht nach draußen gehen Und dann hier magia turm und dann Ist das eine runde geschichte Ja ist richtig schön abgelutet würde ich sagen richtig richtig nice richtig cool 1,2 millionen das ist schon echt nice und so eine gameplays wollen wir haben Ich hoffe ich habe es euch rausgeschnitten dass ihr nicht seht wie dieser fight endet ihr seht natürlich nur 42 sekunden Das heißt so lange ging er nicht das ist jetzt nicht so schwer zu erkennen So sorry für den kurzen cut dass ihr das eventuell so ein bisschen komisch gesehen habt Ja ich habe einen anruf von vodafone bekommen ich habe geste vorgestern hat mein 21 Und habe ich gemerkt guck rauf scheiße ich hätte meinen vertrag kündigen müssen Ich habe jetzt ich habe ja das iphone 5s das hatte ich mir ja mal geholt und Zahlt irgendwie monatlich 50 euro für eine all net flat und 750 mb datenvolumen und ich sage mir ey komm das ist echt nicht mehr zeitgemäß so Ich habe die base gesehen und dachte mir alter hier ist richtig loot ja Wir können das mit ganz ehrlich das wäre jetzt doof wenn man es nicht mitnehmen würde wir nehmen das halt mit klar weil was Hier wirklich so auf dem tablette serviert bekommen aber mehr nicht Ne und Ja habe ich halt eben gemerkt scheiße hast du verpeilt gut. Okay, dann guck mal Für die kündigung war es halt einfach zu spät so Und sagte ich auch naja passt auf dann ruft mich mal an macht mir mein angebot und jetzt kommen die um die ecke jetzt ohne scheiß kommen die um die ecke Und sagen jo 37 euro hast du zwar irgendwie Ich glaube 2 gigabyte frei weil ich definitiv mehr datenvolumen haben wollte alleine schon wegen youtube klar guckst einmal ein video an ist Sein datenvolumen weg geht gar nicht und ja ich komme immer wieder in meinen Datenvolumen begrenzer rein und das kotzt mir natürlich mega an so stehe ich da Oder sagen die echt 37 euro für ja Ich glaube 2 gigabyte halt und Ne all net flat ja das sind 13 euro weniger als zuvor und da habe ich sogar noch das handy subventioniert bekommen Also Nein Dann wird gekündigt ist das so mal gucken was dabei dann rumkommt Meistens ist es ja so dass man dann immer noch mal an anruf kriegt Ja ihre kündigung ist bei uns eingegangen Wie sieht's denn aus können wir dich denn nicht noch glücklich machen naja mal schauen Ja weil das ist mir einfach wirklich zu viel Weil ja wie wie ist das bei euch haut mal einfach was raus wie wie viel zahlt ihr für welche leistung Weil ich ich denke mal also es ist jetzt nicht so dass ich sage oh na hier für ein 10er krieg ich das doch garantiert auch überall Ich bin ja gerne bereit 20 25 zu zahlen aber irgendwie 37 nee Nee ganz ehrlich das ist mir irgendwo nicht wert Zumal ich halt wirklich gar nicht telefoniere und SMS Who cares also ich weiß nicht mal mehr was sms sind also jeder schreibt whatsapp und da ist einfach unnötig Also finde ich so geht mir das So schauen wir mal hier nee hier ist nix Wenn das wieder länger dauern sollte Skippe ich euch wieder raus Jo da sind wir doch richtig gut dabei Da können wir doch mal hier so ein bisschen Das so ein bisschen verteilen wegen dem Magiaturm halt klar logisch Jo das hat gut geklappt Hier auch noch mal schön leer machen Und meine Taschen natürlich schön voll machen Ich mag das so krass ich mag das so krass sorry wenn ich euch nerve mit denen mit den Goblins aber man sieht halt immer wieder es geht Es geht es ist halt wirklich noch einfacher als barge irgendwo klar mit barge kann man dann nochmal gut durch eine Mauer durchkommen und so logisch aber Das passt habe ich hier irgendwo eine Mine vergessen Nee nicht eine Mine sondern ein Sammler Oder hat der das echt in den Lagern drin Egal Egal Hashtag Sammler vergessen Egal Abbrechen Aufgeben Wir können uns die erste Mauer gönnen Jo und dann ist hier definitiv Auch für dieses Für diese Folge erstmal Stopp und wir hauen hier nochmal kurz Göttlich Die 10er Mauer rein Wir gehen auf alles löschen Und hier haben wir den Beweis Es sind 13 Mauern auf 9 Wenn ich das so sehe denke ich fast ich habe das Town Hall vielleicht sogar ein bisschen zu spät angesetzt Aber ich bin ja auch gerade wirklich im boost Und von daher Ja geht es natürlich auch logischerweise schneller als sonst Haut mal rein ich wünsche euch was und ihr seid bei der nächsten Folge hoffentlich wieder dabei Bis dann Ciao Ciao